Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Vampire. Wir wollen, ich hoffe wir schaffen es zum Ascalon Club und das ist unsere heutige Aufgabe. Wobei wir wollten hier noch irgendwas in der Ecke machen. Wir machen jetzt erstmal den Ascalon Club und wo müsst ihr da hin? Das ist Lady Ashbery und ich vermute mal hier drin. Dr. Swansea will aber auch mit uns sprechen. Wo ist der? Ach da, in West End. Da kamen wir glaube ich noch nicht so richtig rein. Das heißt, wenn wir jetzt hier... So, Zeit für den Ascalon Club zu besuchen. Genau. Er sagt, oh ein schönes Auto. Oh, darf ich das behalten? Da hinten ist Action, warte mal. Oh ja, ja, komm. Ah, haha. Na, na, also... Du, nicht mein Freund. Kann man ein paar Sachen einsammeln? Okay, da brüht es wieder mal. Der nicht. Oh ja. Da. Irgendwie... Irgendwie ist da ein bisschen mehr im Gange gerade. Ich gehe mal kurz gucken. Bestimmt ein großer Fehler, aber... Oh, ein boshafter Wohlkott. Genau, und an dem sterbe ich dann hier, wa? Okay, der liegt auch. Danke, 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 danke. Oh, hat sich gelohnt... Hat sich gelohnt, hier reinzugehen. Wir sind ja von da oben gekommen, von der Lady. Ja, 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 ja. Verstehe, 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 verstehe. Da ist noch eine... Uh, da liegt noch eine Leiche. Eine Dote? Okay. Hm, 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 hm. Ein Theater. Huch. Hehe, alles klar. Was ist das für eine Stufe? Ah, 24 muss jetzt gerade nicht sein. So, ich glaube, hier müssen wir lang, ne? Jawohl. Uh, oh, 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 oh. Blut, Blut, Blut. Überall Blut. Warum? Das ist ja hier das reinste Schlachtfest, was hier veranstaltet wird. Äh... Oh, da fällt gerade ein Zug vorbei. Halb vier Uhr morgens, okay. Oh, ist ja... Ich glaube... Wenn Blut in der Nähe ist, oder? Fängt es an, immer dieser... Was? Uh, verunstalteter, geblendeter Skull. Das hatten wir noch gar nicht. Zumindest ist es laut. Ui, 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 was passiert da? Was passiert da? Oh, 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 oh. Das hätten wir sein können. Oh, die nervt da rum. Ähm, ja, ich glaube, das ist nicht so geplant. Das ist hier, äh, König Vaterland. Die haben wir schon tausendfach gesehen. Oh, einmal durch. Nochmal durch. Ist irgendwas? Nee. Oh, 28. Oh, da muss ich aber ein bisschen für stricken. Hier ist irgendwie die Tante, die rumschreit. Das zu? Hä? Und eine große Bässe hinten da noch. 26. Ähm, wie komme ich denn jetzt hier... Hä? Ich soll da rein. Wie, wie komme ich denn da rein? Wie komme ich da rein? Das wäre eine große Hilfe, wenn man mir sagt, wie ich da hinkomme. Hm. Vermutlich hier hinten rüber rein, oder? Ja. Alles schick hier, oder mal? Ist da hinten irgendwas in der Ecke? Sieht das so weit gut aus. Ah, okay. Wir sind zu Hause. Die Frage ist... Ob wir hier schon sein sollten. Warum sind die alle so stark? Warum sind die 29? Äh. Okay, den... Der geht noch. Der geht noch. So, wir brauchen ein bisschen Blut. War klar. Ach, der hört doch mal auf da. Aua. Oh, ich merke gerade meinen Controller. Der vibriert hier auf dem Tisch. Warte mal. Warte mal, ganz kurz. Äh, den muss ich... Den muss ich hier zur Seite legen. Hier, hier drüben. Der macht immer... Und ich wundere mich, ob ich hier irgendwo gegen gestoßen komme. Oh, was? Oh, komm. Jetzt aber. Nix. Nein, nein, nein. Oh. Oh. Nochmal, Blut. Oh. Oh. Die werden aber jetzt langsam fordernd hier. Ich glaube, ich sollte hier eigentlich noch nicht sein. Ganz ehrlich. Ich sollte hier noch nicht sein. Wo bin ich eigentlich? In der falschen Richtung bin ich, okay. Oh, hier hinten ist, glaube ich... Oh, Status stabil. Ein neuer Unterschlupf ist verfügbar. Wo? Oh. Oh. Oh mein Gott, nein. Bitte, Mr. Vampire, nicht zu me. Bitte, nein. Ich bin zu jung, um zu sterben. Ich habe noch so viel zu geben. Warte, nein. Warum denkst du ich... Was? Keine Angst, Dr. Reed. Ich weiß, dass du mir nicht verraten würdest. Meine Mutter meinte, dass du in diesem Teil der Stadt bist, und du kommst. Meine Mutter. Mein Name ist Charlotte, Sir. Charlotte Ashbury. Meine Mutter hat mir schon lange gelernt, wie die Signen die ein Vampire betrachten. Ich verstehe, dass sie dir auch gelernt hat, wie zu teasen und geringen inocente, junge Eckhund. Es ist ein Freitag, dich zu treffen, Frau Charlotte. Ähm. 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 Okay. 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 Ähm. 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 Äh. 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 Was ist mit dem los? Ähm. Individualism for my taste, even when there was no epidemic. Even if that's partly true, may I remind you that many charitable institutions are financed by the selfish and filthy rich. I suppose you are right, but society must reform and renew itself or we are all done for. What are you doing out here? You mean what do I do outside at night since I am a woman? Let me ask you a question, sir. Would you ask the same question of a man? Actually, yes. I ask the same question to everyone who dares to go outside at night, considering the risks. Well, if you must know, I campaign for the right to vote for all women. Why should I wait to the age of 30 years when men can vote at 21? Ähm, warte mal, sind sie eine Suffragette? Äh, wie reagieren die Bürger? Äh, ich glaube, das ist ein Schimpfwort, oder? Warte mal kurz. Ich, äh, Suffragette, sag das was? Ich hab das mal schon gehört, aber... Warte mal, oder Suffragette? Suffragette, genau. Radikale Frauenrechtlerin in Großbritannien vor 1914. Und, äh, veraltend abwertend für Frauenrechtler. Das mach ich mal lieber nicht, ne? Wie reagieren die Lokale zu deinen Anwaltungen? Die Leute hier können nicht warten, um ein Wall zu bauen, um zu isolieren die Westend von den Rest der Stadt. Das ist wie progressiv sie sind. Wenn das passiert, Emelie und ich werden es aufbauen. Die Explosiven sind sehr gefährlich, junge Frau. Und wer ist diese Emelie? Sie ist meine beste Freundin, und eine Suffragette, auch. Oh, okay. Sie war supposed to campaign with me tonight, but hasn't turned up. Hast du eine Chance für sie zu beantwortet? Recently, Emelie hat angefangen zu glauben... Well, sie hat mich interessiert in... Vampires. Ich bin Angst, sie könnte in Probleme sein. Ich denke, du sprachst mit uns über uns, nicht? Despite deine Mutter's Warnung. Ich denke, ich sollte versuchen, deine Freundin zu finden. Oh, das wäre top-notch. Ich kann dir, wo sie vielleicht ging. Du hast meine Dank, Dr. Reed. Und bitte, nicht erzählen meine Mutter. Okay, um, ich bin hier. Are you a Suffragette? Oh, du wirklich bist, Elisabeth's Girl. Oh, ohne eine Verzweckung. All die Frauen adulten haben das Recht zu wählen in den USA, in New Zealand und in Australien. Aber Frauen hier können nicht wählen, wenn sie die Hausten. Tja, es gibt nicht so viele Männer wie mich. Tell me about your adoption. What do you want to know? Who are your real parents? Elisabeth Ashbury is my real mother. She raised me and has taken care of me all my life. I have no idea who my progenators are or were. Do you live with her? I still spend a lot of time in my mother's mansion, but I have my own house now. I have a life to live, you see? And one day, I'll have my death to face. How did you meet Lady Ashbury? First, I was an orphan in the Institution for Girls she manages in the West End. When I was ten, she adopted me. And I have lived with her ever since. Did you know she was a vampire when she picked you? The correct word is Ekon, Doctor. And no, I had no idea why my mother only showed up at night. She told me everything when I turned 16. Though I suspected the truth for a long time before that. Mhm. Okay. What exactly has your mother told you about me? Your name and profession, obviously. And the mystery about your makeup. Boah, was hat die alles erzählt? Sorry to hear about what happened to your sister, Sir. Wann? Mother says it was not your fault. Does it not scare you to know, what I am? What your mother is? Why should it? My mother is the most compassionate woman. Must I be wary of her, Doctor Reed? Or you? Mhm, 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 mhm. Die ist auf alle Fälle gesund. Ach, die, 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 der können wir doch kein Leid zufügen. Äh, oh, was hat sie denn gesagt jetzt, ja? Äh, vielleicht. Perhaps it's wise for a mortal never to totally trust a vampire. Your mother herself told me that we Ekon are creatures of deception. Maybe it's because we seem so alive. That may be true for a naive girl. But I have the best teacher when it comes to getting rid of an insistent immortal. Your mother is not like any other vampire I've met. I believe she thinks the same about you, Doctor Reed. Die hat ihr alles erzählt, oder? Do you know why Lady Asprey chose you to become her daughter? No, I don't. Each time I ask her that question, she smiles and says it's precisely because I dare to ask such questions. Do you ever regret that she chose you? Of course not. Though I often wonder if she adopted others before me. Bestimmt. If so, where are they buried? How was it for them to pass through life with a never aging mother? Tja, gute Frage. Bye, Charlotte. Give my best regards to your mother, when you see her. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Okay, eine toughe Tochter hat sie. Clothing. Es sieht definitiv anders aus hier. Ich finde das, rein jetzt vom Stylischen her, mit das Beste. Warum habe ich da einen Kopf eigentlich? In der Richtung. Ach so, das war Gedenken. Ach so, okay, 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 okay. Das wird der Ascalon Club sein, genau. Wir schauen uns erstmal hier um. Guck mal, da ist Unbekannt. In dem Laden ist Unbekannt. Das müssen wir uns mal angucken. Hi, Unbekannt. Okay, was verkauft er denn? Oh, schöne Teile, schöne Teile, okay. Das ist so ein Sammel, also nicht nur Teile zum Upgraden. Ja, ja, ja. Sondern auch Chemikalien, ne? Wie ist die Situation in diesem Teil der Stadt? Life ist gut. Life ist gut. Wir sind Glück, dass wir in so einer Ära von Progessen und Wunders leben. Sind Sie nicht mit der Epidemie beschäftigt? Oh, ich bin sicher, dass die Autoritäten die mögliche Begründung nehmen würden, wenn die Gefahr so hoch wäre. Ich bin sicher, dass die Autoritäten die mögliche Begründung nehmen würden, wenn die Situation in diesem Teil der Stadt nicht verhindern würden. Die Dinge sind kritisch, glaubst du mir. Na, das ist Nachrichten, aber ich kann nicht glauben, dass die Dinge so schlecht sind. Warum, weil wir mit dem los? Ignoriert die Ernsthaftigkeit und Gefahr, die von der Epidemie ausgeht. Hm. Sollte mir das zu denken geben? Was kannst du mir erzählen über diesen Ort erzählen? Ich habe gerade gefunden, die beste Steak & Kidney Pie in der Stadt gefunden. Ich würde mich glücklich, dass Sie die Autoritäten beendet haben, wenn Sie wollen. Oh. Ich muss mich sagen, dass ich ziemlich spezielle Tastes habe, wenn es um Nutrition zu haben. Wirklich? Ich bin immer glücklich, zu versuchen, neue Exotische Begründung. Wenn Sie eine Intrigungsmögliche finden, dann bitte, die Autoritäten beendet haben. Der ist seltsam. Der Typ ist sehr, 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 sehr seltsam. Reichgedeckt. Hm. Ich glaube, der weiß Bescheid. Ähm. So, ihr möchtet, zu arbeiten? Oh. Ich freue mich auch einen sonnen Tag, wie alle anderen. Aber die Nacht hat immer eine bestimmte Je ne sais quoi von selbst. Wenn ich jetzt Französisch könnte, wäre es super. Je ne sais quoi. Der ist wirklich seltsam. Der ist sehr, sehr seltsam. Mhm. Ich bin London's Lone Gourmet. Mhm. Really? Aber du bist so ein sehr, sehr und sehr, 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 sehr. Ich habe das Gefühl, dass es ein solitärer ist, aber es bedeutet, dass es nicht so sein kann. London's Lone Gourmet. Was ein strangeer Titel. Ich benutze das Name in meinen ersten Jahren, als ich ein Food Critiker war. Und ich habe es. Der Typ ist seltsam. Der ist mehr als seltsam. Und creepy dazu, ja. Ich wollte gerade sagen. Uh, da ist noch ein Tresor. Aber hier ist nichts. Oh, wer ist das da drüben? Gut. Bitte, Herr. Okay. Migräne, komm mal her, ja. Es ist egal, ich bin Arzt. So, dann fangen wir mal an hier, komm. Was für eine Schlacht? Oha, oha. Wäre eigentlich ein Kandidat, um ihn auch zu Papier zu machen, oder? Wie sieht es eigentlich hier aus? Ja. Ich glaube, da wird ein Problem. Oh. 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 Aber du bist so жив. Du hast zurück in One Piece und du hast eine Familie. Wie viele Soldaten können das gleiche sagen? Ich glaube, das ist nicht so einfach. Und wie du, ich bin nicht der Mann, der ich war. Ich glaube, das ist nicht der Mann, der ich war. Ist alles okay bei Hause? Sicherlich war Venus, dass du dich von France zurückkriegst, in One Piece zu sehen. Ja, wegen diesen, ne, mit den Vampiren und so. Warte mal kurz. Ah, wir wissen doch nicht, wie sie aussieht. Okay. Schwer besorgt um den Ruf ihrer Familie. Ja, ähm. Später. Das machen wir mal später mit dem. Guck mal, wir stehen genau in dem Abstand, wo sie unterschiedlich Qualitätsstufe einnehmen. Seht ihr das? Low Poli, High Poli. Und jetzt Low Poli, High Poli, Low Poli. Low, High, High, ja, ihr seht das, glaube ich, im Video, ne? Warte mal. Nee, das nicht. Das ist wirklich, wenn man hier einen bestimmten Abstand hat. Jetzt ist es immer Low Poli. Ah, Low, High, Low. Nun gut, äh, ja. Äh, wir sind halt jetzt hier in West End und werden uns jetzt hier ein bisschen aufhalten. Dass das mit den Augen nicht aufgefallen ist, seltsam. Nun gut, äh, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann machen wir uns, äh, die Gegend hier noch ein bisschen unsicher. Ähm, erst mal die Leute kennenlernen und suchen und schauen, wo wir hier Leute, äh, sehen. Und, äh, ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Euer Firefox.